Hi! Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ihr seht gerade einem übermüdeten Kai zu, wie er einen Part aufnehmen möchte und wie er gerade extrem durchstruggelt. Wir haben auch einen Clankrieg, der extrem durchstruggelt und in diesem Sinne würde ich sagen, versuchen wir mal das Beste aus diesem Clankrieg rauszuholen. Ich schaue mal, ob jemand so gütig ist und mir vielleicht was spenden kann. Es ist ja jemand online, mal gucken, ob er Bock hat. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, let's go. Ja, warum übermüdet? Ich weiß auch nicht warum. Also ich habe vier, fünf Stunden geschlafen nach meiner Geburtstagsparty und ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich sitze gerade hier und denke mir so, alter, egal, nee mehr. Aber egal, wir müssen weitermachen, ja. The show must go on. Und diesbezüglich greifen wir jetzt auch im Clankrieg an. Ich muss die fünf angreifen. Sie wurde schon angegriffen. Aha. Kann ich denn hier noch irgendwie was, was helfen? Ich kann vielleicht bei der sechs noch ein bisschen nach oben pushen. Ich kann bei der eins nach oben pushen, auch wenn das niemals klappen wird, weil der ziemlich, ziemlich high ist. Deswegen gehe ich auf die sechs. Wie Musikkünstler in den Charts. So, ähm, genug der Gepflogenheiten des Talkings, des modern Talkings. Probieren wir mal hier auf die 100% zu kommen. Was habe ich denn so schönes bekommen? Ich habe Riesen gesehen. Kann man mitarbeiten? Kann man durchaus mitarbeiten? Eine Heilerin und drei Riesen und ein Boogie, Schwester. Danke. Vielen Dank. Okay. Die sechs. Wird geklatscht werden. Das ist unsere Aufstellung. Aber ich würde auch gerne erstmal spähen, ne? Damit wir so ein bisschen die Taktik planen können. Was steht an? Wie fangen wir an? Also hier an der ganzen Außenstelle natürlich die Boogies. Ist ganz klar. Und dann würde ich einfach mal probieren. Keine Ahnung. Irgendwie hier reinzugehen. Da, wo der Magiaturm steht. Da, wo die Kanone steht. Vielleicht wollen die Mauerbrecher diesmal ja rein. Wir werden es sehen. In diesem Sinne. Lass knacken, Brüdingos. Ich habe auch jetzt die Taktik, dass ich quasi sechs Packers habe. Ich habe mich am letzten Part dazu entschieden, dass ich das jetzt mal durchführe. Vielleicht bringt es ja mehr. Mal schauen. Das ist natürlich hier. Den Drachen kalt gemacht. Das habe ich jetzt erst nach zehn Jahren gesagt. Ich weiß. Ich bin gerade echt. Brain AFK. AMK. Aber ist mir ja egal. Okay. Dann. Booten. Und zwei Sterne haben wir. Jetzt ist die große Frage. Ist hier noch die 100% drin? Ich würde fast sagen ja. Denn allzu viele Gebäude stehen hier nämlich nicht mehr rum. Wir haben noch drei intakte Packers. Der vierte stirbt jetzt gleich. Dennoch haben wir auch relativ viele Magier. Meine Riesen sind zwar tot. Aber was gerade lebt, ist der Wille zu siegen. Deswegen probiere ich hier meinen Angriff. Ich probiere diesen Angriff zu machen und probiere das Bestmöglichste herauszuholen. Jetzt halten wir nochmal ganz schnell auf. Ich meine, was bringt uns das sowieso? Aber hey. Ich habe sowieso immer Heilzauber überschüssig auf trocken am Start. Deswegen passt das. Drei Sterne sind geholt. Gewonnen wird dieser Klarkrieg sowieso nicht. Ich meine, jetzt müsste nur noch jemand weiter angreifen und vielleicht hier bei der sieben drei Sterne holen. Dann bei der fünf nochmal drei Sterne holen und dann wären wir durch. Wird aber keiner machen. Genauso wie keiner jetzt hier noch bei der eins angreifen wird. Ja, Giuseppe, cool! Gut, nächster Angriff. Wir haben auch hier einen Bonus. Den würde ich ganz gerne mitnehmen. Ach, du heilige Scheiße. Oh. Uhuhu-huuu. Uhuhuhuuu. So. Jetzt machen wir noch das Rathaus platt. Denken auch hoffentlich an die zwei Sterne. Sobald wir diesen verdammten Bruno loskriegen. Die letzten Male wurden ja hier überhaupt nicht die zwei Sterne gegönnt. Aber ich denke jetzt könnte man wieder darüber nachdenken, zwei Sterne zu kriegen. Durchaus. Nice. Okay. Auch wenn jetzt leider Feierabend sein wird. Aber hey. Sei es drum. Das war ein gutes Dorf. Ich habe ganz okay geholt. Ich habe den Loot ganz okay rausgezogen. Und alter ey. Vierfacher Sternbonus. Huh. Das kommt mir gerade so zu gut. Mann. Das glaubt ihr gar nicht. Hammerhart. Ja. Wundergeil. Ich habe andere. furste Gönnung meines Lebens. Ja. 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 Wir streichen aber mal einen Heilsauber raus. Nehmen dafür einen Giftzauber mit. Ihr wisst es ja, ekelhaft Giuseppe, ich habe gerade leider keine Truppen, wie du sehen kannst Also wird dieser Klarkrieg auch wieder mal verloren gehen Und selbst bei der 5 Wenn ich da jetzt einen Stern hole, dann gewinnen wir trotzdem Ich glaube, 23 zu 24, das wird ja auch nichts mehr bringen Ich müsste dann die 1 angreifen Und da werde ich alle höchstens einen Stern holen Ich wundere mich schon, warum der Lucky Craft keinen einzigen Stern bekommen hat Ich meine, es waren nicht sogar relativ viele Gebäude außenrum Die man hätte mitnehmen können Ich bin mir nicht sicher Ist auch vollkommen egal, Truppen sind produziert Sehr wohl Also ins Nachtdorf Wo wir jetzt hier wären Im Nachtdorf Der Spaß geht weiter Die Riesen verbessern immer noch weiter fleißig Okay Let's go Ich frage mich, ob man noch hier vierfachen Sternbonus bekommt Wäre übertrieben geil Würde ich sehr feiern Kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen Deswegen Bye So Dann geht mal da rein Zerbombt die Kanonen Oh Okay Rennst zum Meister Nein Okay Das wär's Oh mein Gott Und das Spiel gönnt Nicht Natürlich nicht Natürlich gönnt das Spiel nicht Klar Kennt man doch Ist doch Standard Deswegen werden wir wahrscheinlich verlieren Geil ey Geil, geil, geil Wir haben trotzdem gewonnen Es gibt aber trotzdem keinen vierfachen Sternbonus Aber trotzdem wisst ihr Dieses Spiel Es gönnt halt nie Es gönnt halt wirklich nie Das ist halt zum Kotzen Weißt du Wo wäre es das Problem gewesen Wäre Diesen Diesen Zweiten Stern Noch zu schenken Weißt du Auch wenn es jetzt nichts gebracht hat Immer gibt es aber Trotzdem Es geht ums Prinzip So Ein ZTR noch landen können Hat er aber nicht Was für ein Müll So Noch ein Sechser Was ist das denn bitte Für ein Zerschmetterer Alter Das ist ja sowas von Über meinem Niveau Hammerhart Egal Was ist das denn jetzt im Zerschmetterer hin Du Idiot Hallo Ich meine geht es noch Komm Steht die letzten Sekunden noch durch Komm schon Los Okay 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 Jetzt Ich hätte vielleicht auch warten sollen Dann wäre der Zerschmetterer In 3 Schüben Tot gewesen In 3 In 3 Hits Und dann hätten wir es auch geschafft Den es kaputt zu machen Aber Hätte es ja sowieso nichts gebraucht Dann wäre Die Kampfverschiene ist sowieso Früher oder später gestorben Und dann Ja Komm Werd fertig man Komm schon Ich meine Du wirst sowieso gewinnen Ja Wusste ich Aber ich meine Hey so als Ganz ehrlich So als Level 6er Ist es ja auch nicht verwunderlich Dass man da Gegen ein Fünfer gewinnt Ne Ist ja auch kein Wunder So das Dorf hier Ist zwar ein 6er Dorf Trotzdem ein geschenktes Dorf Weil Der Zerschmetterer Wird gerade verbessert Geiler kann es eigentlich Gar nicht kommen Und Ja in diesem Sinne War klar Kleines Schwein Das hau ich ihm jetzt gleich Übertrieben eine rein Das werde ich euch zeigen Passt auf So und Schub mitnehmen Ja geil 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 Wisst ihr was ich meine Das hier ist geschenkt Klar werden wir jetzt gleich Am Zerschmetterer wieder verrecken Weil hier stehen noch zwei Doppelkanonen Und generell Und Das wird nichts Aber hey Wir können auf die 80% hochklettern Und vielleicht reicht es ja Vielleicht reicht es ja gegen diesen Schlümpfe Typ Maus Ja die Schlümpfe Wir sind im Schlümpfe Clan Ha Ich glaube er ist 6 Jahre alt Ja So nochmal ein 6er Ich meine es kann ja Fähre nicht mehr kommen Natürlich kriegen wir auch heute Die heavysten 6er Mit den richtig krassen Zerschmetterern Aber hey Purse Gönnung meines Lebens Wie ich schon mal oft habe Verlaut ließen Wo läufst du denn jetzt hin Du ich Warum macht der denn jetzt die Mauer Bist du Achso Ne das war Okay Okay Ich habe das falsch gesehen Ich dachte irgendwie Jetzt will er noch irgendwie Eine Mauer kaputt machen Aber er stand da irgendwie So ein Ja so ein Bob Halt ne Irgend so ein Bob So jetzt schnell zu diesem Magma Teil Und oh nein Barbaren Alle tot Geil Trotzdem könnte er mal Alleinengang noch Hier zerreißen Erinnert direkt Nein wobei Ne Der kriegt gerade so Hat auch die Fresse Gönn mir Nein Natürlich gönnt das Spiel nicht Ne Es ist so klar Ne Natürlich weißt du Diese eine Sekunde Diese eine Millisekunde Die ich da noch hätte Durchstehen können Natürlich wird das nicht gegönnt Nicht beleidigen Ja 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 Ist okay War ja auch ein Sechser Und ach Apropos Sechser Ach Die Welt ist halt echt ein Dorf Ne Es wird halt echt Nicht mehr fairer Ich sag euch das Ich denke jetzt ist so die Zeit gekommen Wo wir nur noch gegen Sechser spielen werden Weil wir wahrscheinlich Wieder mal die Letzten sind Die Sich hier aufstufen Dies ist meine Einschätzung dazu So die Letzten waren Halt ich mir in der Hinterhand Aaaaaah Bringt nichts Stört mich sowieso jetzt Los Barbaren Bruders Du kannst es schaffen Er wird doch sowieso Wieder nicht reichen Ich sehe das noch kommen Ja Na klar Hätte auch bei mir nicht Ein Gebäude mehr sein können Oder so Nein Natürlich nicht Klar Warum sollte es auch Na wir können trotzdem noch Einen Angriff machen Den nehmen wir mit Und jetzt gerade muss ich sagen Jetzt gerade wo ich so ein Part drin bin Die Müdigkeit verfliegt Das ist halt echt das krasse Wenn man Videospiele spielt Und sich damit so ein bisschen Ablenkt Ich meine jetzt nicht mal groß Das Letzplayen oder sowas Aber halt echt Es ist halt wirklich so Du lässt dich halt Extrem gut ablenken Von den Umständen Zockst einfach Machst dein Ding Und Finiste das Leben An meiner Coy Los 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 Hau ihn kaputt Mensch Ja los jetzt Ja Steh das durch Steh das durch Los Ja Ja los jetzt Sehr gut Nochmal die Ability 10 Nochmal 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 Und Hi Und Bye Und Bye Und Bye Ja und wenn er jetzt dahin geht Ist natürlich vorbei Ja Haben wir heute überhaupt mal gegen den Fünfer gespielt Ich glaube nicht Aber das Spiel ist mal wieder richtig fair Alter Und dann nicht Und ja Ist halt Kannst du nichts gegen Kannst du nichts gegen machen Es ist halt wieder mal Übertrieben so unfair Aber hey Das ist halt Kein Schopf Ich hab ja In Ich hab ja mal ein Part gemacht Wo ich halt Dorflayout Mir ausgesucht habe Es nachgebaut habe Und Ich hab darüber geredet Warum ich halt dieses Dorflayout Oder generell Das Baubattdorf Schlecht finde Ne Und Einige Es gab einige Im Kommentarbereich Die haben gesagt so Was Das ist doch nicht schlecht Achso ja Ist natürlich extrem geil Wenn man immer gegen Sechser spielen muss Was halt übertrieben unfair ist Und sowas Und das Das killt ja auch überhaupt nicht Deine Motivation und sowas Nein überhaupt nicht Das ist halt richtig fair Das ist halt das Beste an diesem Spiel Weißt du Ja ja Ich 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 Merke es so langsam auch Dass das hier halt wirklich das beste Spiel ist Allein wegen der Tatsache Dass man hier Extrem unfair behandelt wird Und sowas Aber ja Es ist halt wirklich cool So Macht Spaß Macht natürlich extrem Spaß Sich hier so Unfair behandeln zu lassen Unfaire Kämpfe bestreiten zu müssen Die man überhaupt nicht gewinnen kann Weil man halt gegen Leute spielt Die höher sind als du Also Ja ist total fair so Ist richtig fair Weißt du Und deswegen ist es auch gut Dass man Dass man dieses Spiel hier Oder dass man generell Das Bauarbeiterdorf Konzept Feiert Wie so unfairness halt einfach Oder bin ich hier der Einzige Der immer gegen Höher gelevelte Spiele muss Ich hab's schon mal gesagt Kann ich nicht mal gegen Irgendwie einen Vierer Oder einen Dreier spielen Nee Das wäre ja zu krass Ich muss entweder immer Gegen Sechser oder Siebener spielen Aber Fünfer Selbst das ist schon zu high für mich Das kotzt richtig an Alter Hm Kommt das dem aber trotzdem noch mit Da hatten Leute wenigstens einmal Einen Fünferkampf Ne Ja Mal sehen ob wir den guten Jesepe rasieren werden Schau mal das ist ja ein ziemlich Gleich aufs Battle Er ist ein Fünfer Ich bin ein Fünfer Wie gesagt Da kann man wenigstens einmal sagen Dass man hier nicht unfair behandelt wird Ja Oh 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 ne Witz Das meine ich weiß nicht Diese pure Nichtgönnung vom Spiel Dass ich nicht vielleicht doch einmal die Die ähm Fähigkeit noch ziehen kann Weißt du So mal gucken was Jesepe so treibt Ja Ja los Ich denke das wäre es für ihn gewesen Coole Angriff Brudine Und bye Alles klar Jungs Mädels Ich bin raus Macht's gut Haut rein Und ciao Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus Tschüss Ich bin raus